Naja, wir leuchten hier nochmal ein bisschen aus, ne? Weil es ja dunkel ist. Kannst ja die armen Leute ja auch nicht so leben lassen. Das da unten ist, glaube ich, Wasser. Bei der Musik ist die Höhle gar nicht so gruselig. Huch. Ich muss dann auf jeden Fall noch ein bisschen was am Shader ändern. Die Höhlen kann ich so nicht lassen. Also wenn es schwarz ist oder dunkel ist, das muss noch ein bisschen besser sein, als einfach nur irgendein schwarzes Geklump. Alter, da will ich gar nicht rein. Der will schon wieder fressen, das gibt's gar nicht. Alter, ich müsste ja bald mit so einem Fettsackmännchen durch die Gegend rennen. Und die Frage ist, jetzt schon wieder, wo kommen wir denn eigentlich her? Ach da. Ich dachte schon. Hallo, lauf, ne? Also. So, hier mal, ach, ein bisschen Sumpf haben wir hier auch. Wenn es jetzt dunkel wäre, würden wir wahrscheinlich Schleime spawnen. Schleims. Was da, Schleims? Uaah, ha, 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 ha. Ach so, das geht ja noch. Da ist ne Fac... Ist das Fackel oder Lava? Waren wir hier etwa schon? Das sieht aber mehr nach Lava aus. Wieso missbrauche ich das Schwert jetzt eigentlich in den Dingern? Jawohl, ist Lava. Huah, 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 vorsichtig. Ich möchte mich ungern verbrennen. Boah, das wär jetzt auch mega ätzend. Stell dir das mal vor. Ich sollte generell auch ein bisschen vorsichtiger sein mit dem Schwert. Das ist ja auch bald im Arsch. Und damit meine ich keine Sexualpraktik, keine Abgefahrene, sondern mehr so eine Zustandsbeschreibung. Wieso sagt man eigentlich, dass Sachen im Arsch sind? Wer kam denn da drauf, das so zu nennen? Das hört sich ja... Das muss... Aua, das muss doch bestimmt... Aua! Ach, fuck meine Ferse. Das muss bestimmt irgend so ein ganz schräger Vogel gewesen sein. Ne, ernsthaft? Wo kommt die Redewendung her? Ja, das sagst du auch nicht einfach so... Oh, mein, weiß ich nicht. Mein Spazierstock ist voll im Arsch. Da wirst du auch denken, das ist so ein... Gut, jetzt in der Gay-Sauna wird man sagen, Oh, ich doch so cool, ey, ganz. Aber so generell ist das schon merkwürdig. Und ich kann einfach nicht gegen meine Natur anstinken. Ich kann es nicht. Ich muss hier nochmal reingucken. Auch wenn da hinten ein Zombie steht. Zwei sogar. Drei. Nee. Alter, was ist das denn? Zwei Endermänner? Zwei Endermänner? Zwei Endermänner? Zwei Endermänner? Zwei Endermänner? Nee, mach ich nicht. Bitte mach ich nicht. Ich wollte eigentlich nur mal ganz kurz reingucken. Das ist mir aber zu krass. Und jetzt... Ach, die Spitzhack ist eh ab wohl. Weißt du ja, dann haben wir einen Slot frei. XP gab's eh keine. Tolle Wurst. So, und weiter geht's in Richtung Heimat. Irgendwann müssen wir ja ankommen. Hilfe. Hilfe. Ist das eine Wüste? Du willst mich verarschen? Schon wieder eine Wüste? Und ein NPC-Dorf? Du willst mich verarschen? Das gibt's doch gar nicht. Ist das etwa... Ist das etwa... Ist das etwa? Nee, das ist ein NPC-Dorf. Ich dachte gerade, wir hätten hier doch eine Ruine gefunden. Interesting. So, allein schon für die Karotten und für die Kartoffeln hat sich der Ausflug gelohnt. Da können wir nämlich dann unser schönes... Äh, unser Dingens da ein bisschen... Ne, und so. Das ist aber ein kleines Dörfchen hier. Ist das wirklich schon alles? Und vor allem, ich höre die NPCs. Die wandern hier rum, aber ich sehe sie nicht wegen dieser blöden Mod. Hörst du? Die Türen und so. Alles... Alles da. Nur die NPCs werden nicht angezeigt. Das ist natürlich ein bisschen... Naja. Wir werden es überleben. Es ist ein bisschen schade. Ich kann aber die Dörfchen markieren. Das mache ich mal. Gucke mal. Na ja, lau mal. Aua. Bäh. Hätte ich mal im anderen Dorf auch machen sollen. Mach ich hier einfach ganz schnell. Zack. Äh, Waypoints. Die ferne Lichtung. Machen wir hier nochmal... Waypoint name. NPC Dorf. So, können wir ja alle NPC Dorf nennen. Back at the booth. Back. So. Das mies ist, wenn die uns jetzt verprügeln würden. Wir sehen die nicht. Das wäre natürlich richtig mies. Alter. Ey, dieser Fressack. Wo frisst der das hin? Das gibt es doch gar nicht. So. Sonst gibt es hier nichts. Das heißt, wir können uns bei beschwingter Musik weiter aufmachen. Da nehme ich mir jetzt aber lieber ein Bötchen. Pass auf. Das mache ich mal. Und dann können wir die Nacht auch auf dem Wasser verbringen. Wahrscheinlich. Habe ich noch ein Boot übrig? Ne, ne? Die zerschellen uns ja immer. Hallo? Äh. Äh. Fichtelzweig. Na super. Oder Setzling. Whatever. Whatever. So. Na komm. Und wir setzen unsere Reise fort. Ein weiteres Mal. Auf dem Ozean. Und ich glaube, da kommen wir gleich in Schwulitäten. Weil da bestimmt gleich Land kommt. Das heißt, ich muss hier erstmal außen rumschippern. Na, hätte ich eigentlich auch schwimmen können. Tolle Wurst. Egal. Dann pesen wir hier mal an der Küste entlang. So ein bisschen. Ist jetzt nachts nicht sonderlich beeindruckend, ehrlich gesagt. Da hinten war ein Feuerchen. Äh. Sind wir ja richtig? Doch, ja. Die grobe Richtung stimmt. Und wir befinden uns abermals auf dem offenen Meer. Ich glaube, dass das offene Meer, die Landstriche verschwinden langsam. Jawohl. Na dann, horri do. Ich harre der Dinge, die da kommen. Und trinke heimlich nebenbei einen köstlichen Kaffee. Mach ich jetzt wirklich, aber nicht weitersagen. Rülps. Nein, war natürlich ein Witz. Mach ich doch nicht. Wenn, dann furze ich ins Mikrofon. Aber rülpsen gehört sich nicht. Ist doch klar. So. Der Mond ist aufgegangen. Und wir verbringen die Nacht abermals. Aber zumindest in Sicherheit. So viel ist schon mal gut. In Sicherheit hier mitten auf dem Ozean. Ich frage mich, wann es dann hier die ersten Haie gibt. Oder so Pottwale, die einen verschlingen natürlich. Oder Eisberge, die einen rammen. Und dann sinkt man mit 400 Leuten zugrunde des Ozeans. Und am Ende wird ein Mädchen gerettet von einem Typen mit einer tollen Frisur, der sie vorher noch nackt im Auto gezeichnet hat. Und die ihn dann einfach im Ozean erfrieren lässt. In einer dramatischen Sequenz. Natürlich nicht, bevor er ihr nicht das Herz des Ozeans geschenkt hat, das viele Milliarden Euro wert ist. Und so weiter und so fort. Und später, wenn sie alt und faltig ist, kann sie das ja immer noch in den Ozean werfen. Statt das an ein Kunstmuseum zu spenden oder sonst irgendwas, weil das von unschätzbarem Wert ist. Aber nein, die Liebe wollte es so, dass sie ihren verrotteten Kadaver, den sie auf dem Gewissen hat, schließlich auch noch einen Kunstgegenstand vermacht und ihn der Menschheit versagt. Diese egoistische alte Runzel. Mann, Mann, Mann. Aber Hauptsache, wettrotzen lernen. Kann jemand von euch wettrotzen eigentlich? Also jetzt mal, jetzt mal, jetzt mal, also jetzt bezogen. Nein! Huch! Ja, geil. Da ist mir Minecraft abgeschmiert. Ich glaube, damit beende ich auch mal diese Folge. Und wir sehen uns... Oder ist das schon diese Folge? Ich weiß es gar nicht. Wir sehen uns gleich schrägstrich bald wieder. Tschüss! So, und willkommen zurück bei Minecraft, wo es momentan schüttet wie aus Eimern. Scheiße! Und ich sehe nichts mehr. Es ist, äh, kompletto schwarz. Ja, Moment, ich versuche hier gerade mal mit dem, mit dem Kahn hier irgendwie in die richtige Richtung zu schwimmen. Ich sehe aber nicht mal, ob wir gerade schwimmen. Weil es pisst so aus Eimern hier. Ach, du Scheiße, es pisst so aus Eimern hier gerade. Und es gewittert. Scheiße! Gut, das war kein Schirm dabei. Ja, M8, das war... Wow, hey! Hallo? Wo ist mein Boot? Och, leck mich doch. Wir sind wahrscheinlich genau mit dem Boot in so einen Scheiß-Tintenfisch rein. Das Boot ist kollabiert. Und wir befinden uns ja gerade irgendwo. Ich mach mal meine Stimme ein bisschen leiser. Jetzt geht's besser. Ach, du Scheiße. Wir befinden uns mitten auf dem Ozean. Unser Boot ist kollabiert. Das darf doch nicht wahr sein. Habt erbarmen, ihr Götter! Habt erbarmen! Alter, ich kann doch jetzt nicht hier stundenlang ohne Boot. Ich mein, das geht nicht. Und ich seh nichts, Alter. Ist hier irgendwo eine Insel? Ist hier irgendwas? Ich seh ne Wolke da hinten durchscheinen. Aber, aber, aber wohin soll ich denn jetzt? Ach, du Scheiße. So, ich tauch mal ein bisschen. Ich könnt mir hier natürlich... Ich glaub, ich muss basteln. Ich muss so einen kleinen Kackstift nach oben basteln. Damit wir uns ein Boot bauen können. Weil, Alter, ganz ehrlich. Ich kann so nicht die ganze Zeit nach Hause schwimmen. Drei Minuten in der Aufnahme. Schon die größte Katastrophe eingetreten. So, pass auf. Wir basteln uns einen kleinen Kackstift. Quasi eine künstliche Insel. Und das erste, was ich mache, ist natürlich den hier. So, was auf. Das wird uns bestimmt in Zukunft, weil wir hier sehr oft vorbeikommen werden. Also ungefähr null Mal. Äh, ich glaube, ich hab da wieder so einen kleinen Grafik-Buck. Ich seh das, äh, noch nicht so gut. Sehen wir später. Jetzt erstmal, was wir, was wir machen, ist natürlich uns. Hier ein Bötchen bauen. Heilige Scheiße. Und das bei dem Wetter? Ich hätte erstmal einen Unterstand machen sollen. So, wo ist Norden? Da ist Norden. Also der Spawnpunkt Norden. So, wir müssen in diese Richtung. Hallo? Höh, ja, das Boot dahin, bitte. Ne, so dahin. Ach, du Scheiße. Es fängt ja gut an. Unsere Insel da hinten verschwindet so langsam. Und wir gucken mal, dass wir nicht wieder in irgendwelche Kraken racen. Kraken racer. Zack, mein Kraken. Alter, die Musik passt natürlich super zu dem Wetter auch. Ach, ich bin so gut an Dinge. Ich freu mich voll. Nachher Lungenentzündung. Ah, endlich. Alter brechen. Ah, mein Hobby. So, da vorne wieder Kraken. Der Octolort. Aber wir Pesen natürlich gekonnt. Vorbei. So, könnte jetzt mal bitte der Regen aufhören und schnell Tag werden? Sieht irgendwie voll psycho aus. Wenn man in die Mitte des Regens guckt, da wo der herkommt, dann wird man voll psycho, wenn man da so reinguckt. Äh, 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 ich gehorche. Also, dann kriegst du echt ne Macke, wenn du da reinguckst. Und ich hab das Gefühl, wir kommen gar nicht vorwärts, obwohl der Regen uns natürlich direkt in die Fresse fällt. Aber wir kommen ja vorwärts. Es ist halt nur dieser riesige Ozean, in dem wir jetzt wieder zurückschwimmen müssen. Und da hinten ist, ich glaube es wird Tag. wenn ich das richtig sehe da hinten ja es wird langsam heller ja bitte ja ja bitte sonne kein regen mehr ich lächze nach tageslicht auch bitte 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 eine wolke links ja und dort kragen nein 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 ach diese blöden krakenkollisionsabfragen jetzt müssen wir uns noch eine insel bauen oder was ich habe nur noch neuen erde da vorne ist eine kleine sandbank da düsen wir mal hin da baue ich ein neues boot das gibt es doch nicht fast als wolle jemand nicht dass wir nach hause kommen dubios dubios kommt übrigens nicht von dubstep dubstep dubios step dubioser schritt also es tut mir natürlich leid und der regen sieht da so ein bisschen aus wie suppe auf dem wasser wie so ein grafikfehler aber ganz ehrlich es wurde ja auch schon so ein bisschen gemeckert ob ich den shader nicht wieder raus machen könnte nein das kann ich leider nicht also ich kann schon aber ich will halt nicht weil ich den shader an sich extremst extremst geil finde ich feiere den sehr nur halt sowas wie hier so ein grafik feder beim wasser aber gut das kann man verschmerzen ich guck einfach nicht hin hier sieht doch alles normal aus unschön so hier kommen wir zu einem riesigen eiland wow das ist ja richtig mächtig was los hier so pass auf jetzt basteln wir uns mal wieder ach man was für ein boots verbrauch wir ja auch haben und falls wir hier jemals wieder herkommen sollten setze ich ja ein fackelchen und wir müssen in komm wir düsen mal in diese richtung da na jetzt in diese richtung na jetzt in diese richtung ist vom spawnpunkt sponpoint vom spawnpoint aus gesehen ist das der osten ja hier so östlich aber wir müssen ja nicht zwingend direkt zu unserem spawnpunkt äh spawnpunkt uahaa spawnpunkt zurück das war ein bisschen gefährlich mit dem blitzen hier ne sind das kraken? ich glaube es sind kraken jetzt fahren wir doch zum spawnpunkt ich kann gar nicht richtig reden ich muss auch mal mein schulenglisch auffrischen it's not so fresh anymore so jetzt komm schon könnt ihr mal mit der irgendeine insel kommen ich hätte gern so ne autorannfunktion autoranns äh 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 hab ich glatt vergessen grad die box hier vom rechner aus zu machen ich hoffe da war jetzt kein rückhalt oder sowas drin jetzt sind sie aus bin auch so schusselig in letzter zeit ich nehm gerne so spontan auf und dann vergesse ich immer mal so ein knöppchen zu drücken oder so oder bei forest hab ich ja vergessen die facecam anzumachen sind zum glück nur zwei folgen läuft glaube ich heute die zweite folge wenn mich nicht alles täuscht und ab morgen kommt dann ein anderes spiel was so ein bisschen ist um 21 uhr ab morgen kommt so ein spiel was mich doch ein bisschen an cry of fear erinnert und der cry of fear mache hat auch ein kamio auftritt da drin fand ich sehr sehr geil aber mehr dazu natürlich morgen um 21 uhr alter und das wird auf jeden fall spannender als hier über den ozean zu schippern wir können ja einfach spontan irgendein thema nehmen und immer wenn man spontanes thema braucht dann sagt man ach guck mal was ist das denn oh oh hm ach und ich sehe wir haben den texturen fehler da werde ich gleich mal so ach nein bötchen wo ist das boot hin gib bötchen hatten wir doch schon mal so ich sehe hier sieht man diese gestreiften texturen das ist so ein kleiner fehler inkompatibilität mit dem shadermod was ich da mal ganz kurz mache dagegen hilft folgendes ich gehe in die grafikeinstellung wähle hier das editierte shadertexturenpack vom herbst das muss ich auch für den frühling nochmal machen hatte ich vergessen so jetzt haben wir hier fertig das wähle ich mal ganz kurz fertig aus es geht gleich weiter entschuldigung die unannehmlichkeiten und jetzt wähle ich nochmal das hier und jetzt müssten die texturen auch wieder taco sein ich glaube daran liegt es auch dass die monstren noch inkompatibel sind da muss ich nochmal drüber löten so wie man sieht jetzt geht alles und vor allen dingen wir gehen jetzt erstmal mal